Mooswach, je m'appelle Jacqueline, Jacqueline Darin, und ich habe eine große Trauheit erzählt. Ich möchte, ich möchte, ich möchte einmal in meinem Leben auf einer großen Bühne stehen und ein Lied, aber nicht irgendein Lied, sondern mein Lied, auf so eine Art und Weise singen, dass die Leute ganz bewegt sind. Auf den Weg. Wie ist denn der Klang an anderen Orten und in anderen Körperhaltungen? Und ehrlich, heute bin ich so ein bisschen ratlos. Wir haben noch ein paar Zoom-Meetings zwischendurch gehabt. Okay. I'm a singing cowboy. Genau. Im Herbst soll die Show auf der Bühne sein. Wir machen, solange der Akku hält. Kann eine liebe Sünde sein. Wir schauen mal, was dein Instrument heute so macht. Dazu nehmen wir schon mal die Hände aus den Hosentaschen. Jawohl. Aber noch gibt es viele Fragen. Wie mache ich einen Dokumentarfilm über das Singen lernen als Nicht-Musiker? Sehr schön. Um die Ecke denken, um die Ecke gucken, um die Ecke spähen. Nein, ich spähe nicht. Ich bin ein Späher. Ich bin ein Indianer. Winnetou. Winnetou, der hatte nie Federn. Alle anderen Indianer haben immer Federn. Winnetou nie. Der hat nur so eine Schlangenhaut und dann so einen Helm. Und nun ist es immer wahnsinnig edel, edel. Mir egal. Also. Mir egal. Mir egal. Wahnsinn. Wahnsinn. Ceux qui s'aiment tout doucement. Das ist der Druck. Toll. Den Druck von der Stimpel selber wegnehmen. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Dann sage ich nichts. Das nichts ist manchmal nicht da. Es ist hier und es ist da. Eigentlich ist das nichts ja das, was am meisten da ist auf der Welt oder im Universum oder im ganzen All. Da gibt es unglaublich viel nichts. Zwischen den Sternen ist einfach nichts, jede Menge nichts da, 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 da. Das ist die neue deutsche Welle, die neue deutsche Welle. Die haben ja deutsche Texte auf irgendwie so ein bisschen Avantgarde, so ein bisschen Pop, so ein bisschen Performance. Jeder kleine Schwießer macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Der war jetzt einfach zu flach, der war zu sprechig. Beim Sprechen ist das irgendwie alles ein bisschen flacher und das ist eben der Unterschied zwischen Reden, schnell mal eine Moderation machen oder irgendwas dazwischen und dann wieder. Das ist quasi immer dieses. Und wenn es nicht geht, dann meine sehr verehrten Dämpchen, Scheißmanns. Ja, 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 ja. Das ist quasi immer das, das ist ganzévig. Das ist die neue Events, was Sie wissen, dass Sie alle Branchen haben ihn nicht zu eineržen Valt, dass Sie sehr schön haben. Untertitelung des ZDF, 2020